Auf Wunsch eines Abonnenten geht es heute mal um diese Schnorchel-Expresso-Maschine. Ich habe die von Olaf von Hauptfrise bis zum Überdruckventil Wasser ein, also wirklich nur ein Espresso. Dann habe ich hier mein Kaffeepulver in so einem Sieb, das wird hier eingesetzt. Jetzt aufsetzen, das Teil da drauf. Normalerweise mache ich den Kaffee direkt rein, aber es soll ja heute um das Maschinchen gehen. Und ich melde mich wieder, wenn es bulubbert und sücht. Jetzt geht es mir jetzt mal her. Und das war's. Es wird jetzt vier Minuten angefertigt. Oh, die Linse ist irgendwie ein bisschen. Auch das ist dieser Griff auch schon sehr heiß, deswegen würde ich gerne Multitool. um das alles einfach so vom Feuer zu nehmen. Da ist meine edle Brühe. So, jetzt muss man das hier ablöschen. Und zack. Das war's. Gut. Jetzt noch ein bisschen Zucker rein. Und das war's. So eine Vierteltasse voll. Und tschüss. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.